Okay, willkommen zurück bei GTA 5. Wir haben mit Trevor eine Mission. Wir müssen 25 von den Hinterwäglern töten. Bis jetzt hat es leider nie geklappt. Aber... Das schauen wir schon noch. Hupf! Aus der Hand! Was ist das? Du verdammt, Arsch! Du könntest nicht den Kopf schrauben, würdest du? Was ist das? Sonne der Päck! Ups! Selbst wieder mit der Granate platt gemacht, auch toll. Ich versuche einen guten Nachbarn, und das ist das was ich bekomme! Bum! Oh man, wow this for an old man suck You insult me in my hometown That ain't a good place to stand I agree to this Nobody talks about my mother We have done it Man Ihr Dreckskerle Alter Oh, unser Auto Komplett zerstört Alles kaputt hier Ah, läuft weg Mal eben eine Limo kaufen Nee Okay Da sind wir Hier ist Der Chinese Boah, ich brauche nur ein Auto Oh scheiße, jetzt haben wir keine Granaten mehr Boah 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 Da war irgendwas, weil ich es nicht so gesehen hatte. Naja. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Und einmal drüber, sehr schön. Oh man, eh. So. Ich bin ein Witziger, Wollas, ein Witziger. Du bist richtig! Chang, ein Schauspiel. Wir gehen nach draußen und sprechen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Herr, ich denke, ich habe festgestellt, dass meine Organisation kann die Kraft. Und ich denke, ich habe festgestellt, dass meine Organisation ist ein Anwendungsverleidiger. In short, Schwert! Es ist du und ich. Jetzt gib mir ein paar davon, Max! Ich bin Angst, wir wollen einen anderen Weg gehen. Was? Wir wollen andere Möglichkeiten exploreen. Du bist der Beste. Wollt ich dir, was du mit dir? Shut the fuck up! Der Beste, Mr. Cheng's Vater, wollen etwas ein bisschen größer. Wir wollen mit dem Drogen, vielleicht mit dem Drogen. Das ist mein Leben. Ich bin ein kleiner Junge, ich bin großartig. Ich wollte immer ein internationaler Drogen. Und ein... Weapons-Trader. Okay, also ich bitte dich. Wir machen das passieren. Ich bin sehr sorry. Du bist so sorry? Du bist so sorry? Ich habe gerade meine fucking Guts mit dir. Und du sagst mir, du bist so sorry. Wer ist mit dir? Wer? Ich bin nicht auf die Freiheit zu sagen. Oh nein, nein, du bist auf die Freiheit. In fact, ich würde sagen, du bist verpflichtet. Wer? 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 Sollte Trevor roof nicht wütend machen? Der was kapieren die Leute anscheinend nicht? Ach du meine Güte. Ich habe baixiert. Vergib dich zum Hof der Gebrüder. Oh nein. Oh, O'Neal. Das ist eh bitter nicht mitgesprochen. Die ganzen Kakteen können erstmal weg. Die brauchen wir nicht. Die pieksen eh nur. Na gut. Dann fahren wir mal zu dem Hof. Mal schauen. Was wertige Brüder sind. Ah. Elwood O'Neill, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Winn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones because I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done. Hmm. Oh, oh, you are going to die. Okay. Trevor hat ein Vollknall. Aber das weiß man ja. So. Okay. Wir gehen mal zum Aussichtpunkt nehmen das Scharfschützengewehr und machen sie einfach weg oder was. So, da sind sie. Oh. Schicke Farben auf jeden Fall. Oh, jeez. Ja, ha, ha! I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on. Let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Jesus. He's already gone. Yes. It's gone. You inbred freaks. You inbred freaks. You inbred freaks. Yes. You inbred freaks. Yes. Yes. Well, finally. Soooo. Hehehe. Soooo. Hmm, you leave and I guess I'll have to see you later then. There is one. There is one. There is one. There is one. Hehehe. There is one. 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 Okay. Wollen wir in den Markt sehen? Mist! Da war ich so schön vorsichtig und dann passiert sowas. Das ist ärgerlich. Na gut. Komm mal. Oh, wie viele Brüder hast du? Waren Sie inbrede Freak? Ich weiß nicht, wie ich es mache. Aber ich werde sie von dir töten. Und ich werde deine Küche verletzen. Okay, dann warte ich bis ihr weg geht. Das wäre interessant, wenn ich die beiden treffen würde, aber... Ich werde doch mit einem großen Knall machen. Okay, der geht. Ich werde das nicht weggehen. Ich habe das nicht gewonnen. 1,3,7,7,9,7,5,5-1,7,7,4,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1. Ich werde das nicht wegschrauben. Der River ist hier, um dich zu töten! Oh Mann! Von wo denn? Meine Güte ey! Okay, jeder Schuss muss echt treffen, oder sitzen, sonst kriegen wir ein Problem. Sonst haben wir echt ein Problem. Sonst haben wir echt ein Problem. Perfekt! So. Okay. Okay. Ich möchte mal schauen, ob ich von hier... Ne, jetzt bin ich zu tief. Wir müssen nach sitzen. Wenn wir mal schauen, dass wir mal machen. Nichts? Wir müssen mal schauen! Oh mein, du Yea. Ich kann ja, du... Ich kann ja, du... Du... Ich kann ja, du... Du, denn... Du... Du... Ich kann ja, du... 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 Ich glaube, ich habe sie beide getroffen. Wie lange ich das geschafft habe. Hier bin ich gekommen. Du willst nicht in hier kommen, Trevor. Fuck, fuck, fuck. Hallo, es kommt. Okay, sie scheinen nicht mehr rauszukommen. Dann gehen wir da jetzt rein. Alter. Ja, was? Würdest du... Er ist da, innen! Schau mal! Get that motherfucker aus der Haus! Wie geht's den Knie? You prick! Get our house, jetzt! Back, back, back it up! Get your own fucking business! Keep him out of the lab! You're wide open! You assholes! Was? 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 He's coming in the line! Back you mother fucker! You ain't getting down there, ya fucking weirdo! Get gawing. Und tschüss. War es übertrieben? Nein, oder? Oha, wir sprengen das ganze Labor in die Luft, oder besser gesagt die ganze Farm. Tja, legt euch nicht mit Trevor an, das überlebt ihr nicht. Tö-tö-tö-tö-tö. Oh. Oh. Cool. Und tschüss. Tö-tö-tö. Und tschüss. Tö-tö. 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 angerufen hat und jetzt da hinten ist was dann wir gehen nach trevor speichern da und machen dann mein nächstes mal weiter mit jagen oder so gott ohne wenn wir eh nach trevor ne das ist ich glaube da wird geht zum nach zu trüber hin sollen weil man das machen kann aber doch fahre zum flughafen ich sage nur nicht im von stein liegen dann haben wir ein problem oder eine leitplanke im weg sein hab das auch gut ok wir sind am flughafen flugzeuge die du auf mal gucken ob ich das dann flug ding hier hinkriege mal schauen da war erstmal ein stein im weg einfach durch die ringe fliegen strafe ok irgendwas habe ich falsch gemacht ich weiß noch nicht was ich weiß noch nicht was das abbrechen sie nicht nur mal versuchen dass er bescheuert das flug beim ersten flugzeug war gerade ich fliege gerade durch strafe ok im zweiten habe ich nicht getroffen ist klar aber naja ich würde sagen freunde für heute war es das dann auch wir werden beim nächsten mal nur gott wir werden beim nächsten mal ein bisschen jagen gehen aber für heute machen wir erstmal schluss ich hoffe ihr seid beim nächsten mal mit dabei und ich sag mal bis dann und tschau wir sind wir sind wir sind Vielen Dank.